Seeg. Professionelle Qualität aus Oberschwaben. Die Plattformanhänger der Serie PLE. Das sind vielseitige Transporthelfer mit einer Nutzlast von bis zu 1225 kg. Ob gewerblich oder privat, die robusten und wendigen Anhänger sind zuverlässige Begleiter. Ein besonderes Highlight der Serie PLE ist die modulare Rahmenkonstruktion. Ihre zahlreichen Schraubverbindungen geben Stabilität und ermöglichen ein einfaches Wechseln von Bauteilen. Zum Beispiel nach einem Unfall. Und auch der Korrosionsschutz bleibt dabei erhalten. Nicht nur Rahmenteile können aufgrund der modularen Konstruktion schnell und einfach ausgetauscht werden, sondern auch die als C-Profile ausgebildeten massiven Längsträger. Alle Fahrwerkskomponenten werden so schnell und kostengünstig repariert. Stabil und belastbar. Die Rahmen der Serie PLE sind massiv konstruiert. Die großdimensionierten Querträger bieten der Bodenplatte extra viel Auflagefläche. Und die wird aus finnischen Birkensperrholzplatten hergestellt. 18 mm stark, 13-fach verleimt und an der Oberfläche mit einem rutschhemmenden Siebdruck ausgestattet. Alle Rahmenteile werden im Tauchbad vollständig feuerverzinkt. Die patentierten Eckrungen überstehen selbst leichte Kollisionen und lassen sich bei Bedarf einfach abnehmen. Und auch der Befestigungsadapter kann nach einer Beschädigung problemlos ausgetauscht werden, ohne die Feuerverzinkung der Pritsche zu beschädigen. Patentiert und natürlich nur bei SICK. Die Verzorrösen sind in die Ladekante integriert. So ist die Ladefläche frei von Vorsprüngen und schmutzanfälligen Aussparungen. Und trotzdem sind die Ösen jederzeit einsatzbereit. Serienmäßig sind die Anhänger der Serie PLE rechts und links mit jeweils drei Verzorrösen ausgestattet. Selbstverständlich können Sie weitere Verzorrösen auch für die Stirn- und Heckseite frei konfigurieren. Die Profile der Bordwände sind aus eloxiertem Aluminium doppelwandig gefertigt und 300 mm hoch. Als Option können Sie auch ein 350 mm hohes Profil oder das extra starke Mammutprofil mit insgesamt zwölf Querstegen und verstärkten Kanten wählen. Eine optimale Lösung für Langmaterial. Wählen Sie zusätzliche Ausliegeketten, um die Bordwände waagrecht zu hängen und einfach durchzuladen. Typisch SICK. Auch die Achsen haben zusätzliche Sicherheitsreserven. Der Achsbock ist bei SICK auf 700 mm verlängert und jede Achse achtfach verschraubt. Die Räder sind einzeln aufgehängt und gefedert. So wirken Fahrbahnunebenheiten nur auf der Seite, auf der sie auftreten. Die Gummifederung im Innern der Achsen sorgt für hohen Fahrkomfort und große Fahrsicherheit. Und sie ist absolut wartungsfrei. Optional kann ein verstärktes Stützrad gewählt werden. Es ist zwischen der V-Deichsel an einer Spezialtraverse befestigt. Es klappt automatisch ein und aus. Jeder Anhänger der Serie PL-E kann mit einem Verdeckgestell mit robuster Plane ausgerüstet werden. Es schützt ihre Ladung vor Witterung und Fahrtwind. Ausgestattet mit einem Federrollo lässt sich die Plane elegant öffnen und bleibt auch bei widrigen Witterungsbedingungen zuverlässig oben. Auch ohne Verdeckgestell können sie die Vorteile einer robusten Plane nutzen. Mit dem Expanderseil wird die Flachplane über den Anhänger oder den Aufsatz gespannt und hält ihr Ladegut trocken. Für alle Anhänger der Serie PL-E sind Alu-Auffahrrampen erhältlich. Sie sind in Einschubfächern unterhalb der Pritsche verstaut. Mit den Alu-Auffahrrampen verladen sie Kleinmaschinen, Schubkarren und anderes Gerät auf Rädern und Rollen einfach und sicher. Die Einschubfächer können mit einem Vorhängeschloss gegen Diebstahl gesichert werden. So geht Ladungssicherung schnell und einfach. Mit einem auf die Anhängergröße abgestimmten Netz mit Randverstärkung kann kleinteiliges oder loses Ladegut sicher transportiert werden. Die eingeschweißten Zapfen der Zurschienen oder massive Metallhaken an den Bordwänden fixieren das Netz zuverlässig. Mit nur wenigen Handgriffen lässt sich an der Stirnseite des Anhängers ein Stirnwandgestell aufsetzen. Daran lassen sich Langmaterial oder Kleingeräte einfach verzurren und werden sicher transportiert. Der 350 mm hohe Bordwandaufsatz vergrößert das Ladevolumen Ihres Anhängers erheblich. Er ist schnell aufgesetzt und wieder abgebaut. Und so rüsten Sie Ihren Anhänger jederzeit flexibel um. Die abschließbare Staubox aus Kunststoff hält Zorgurte und andere Kleinteile jederzeit griffbereit. Bei den gebremsten Anhängern mit 1300 und 1500 Kilogramm zulässigem Gesamtgewicht kann zwischen 10 und 13 Zoll Rädern gewählt werden. Dadurch ergeben sich unterschiedliche Pritschenhöhen. Ausgestattet wie die Großen und trotzdem wendig und leicht im Handling. Die Hochlader der Serie PRE. Flexible Partner mit Leistungsreserven. 100% Made in Germany. 100% SIG.